Was sind die modernsten Standards für Türkommunikation? Über dieses Thema sprechen wir heute mit Daniel Latzke, Prokurist und technischer Leiter bei der Comulet Group. Lieber Herr Latzke, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und danke für die Einladung. Sagen Sie, Herr Latzke, die Comulet Group entwickelt ja professionelle Lösungen für die Türkommunikation. Jeder von uns kennt, glaube ich, so diese ganz klassischen Gegensprechanlagen am Eingang an den Wohnhäusern. Aber was gibt es denn für Lösungen darüber hinaus? Ja, sagen wir, das Portfolio an Lösungen ist da vielfältig. Die klassische Gegensprechanlage ist halt klingeln. Ich höre oben, dass ein Besucher ist. Ich kann mit dem sprechen, öffne dem die Türe. Darüber hinaus geht es heute in den Bereich Anbindung an das Smartphone. Das heißt, auch wenn ich nicht zu Hause bin, zu sehen, wer vor der Türe steht, mit dem Besucher kommunizieren zu können und im besten Fall aus der Ferne die Türe zu öffnen. Dann geht es noch einen Schritt weiter. Das heißt, für den Bewohner ein Zusatzeffekt. Das heißt, ich kann über einen sogenannten QR-Code, den ich selber erzeuge, mir Zugang zum Gebäude verschaffen, ohne einen Schlüssel verwenden zu müssen. Aber auch für Dritte einen Zugangscode erstellen. Das heißt, für den Hundesitter, für eine Reinigungsfirma, für die Handwerker, wenn die das Gebäude bzw. die restlichen Bewohner nicht stören sollen, dann bekommen die zeitlimitierten Zutritt zugewiesen über einen QR-Code. Und den kann ich als Bewohner festlegen und dann letztendlich dem Handwerker oder dem Hundesitter per E-Mail, per WhatsApp, wie auch immer, zukommen lassen. Also das Portfolio ist da mittlerweile riesig. Früher kannte man und kennt man heute noch Türstationen, gerade in größeren Gebäuden. Hier in Berlin ist so ein Klassiker mit vielen Klingelknöpfen. Da geht man heute eher in den Bereich eines Bildschirms, einer Touch-Türstation, angelehnt an ein Smartphone. Das heißt, funktionell ist es genau wie ein Smartphone. Ich scrolle mich durch die Namen von A bis Z, wähle dann den Teilnehmer aus, den ich besuchen möchte. Und dann hat der Besucher noch die Möglichkeit, wenn er sagt, okay, er spricht mit mir, ich authentifiziere mich, ich sage, ich bin es, der Daniel. Dann sagt er, alles klar, du darfst rein, betätigt die Türöffner-Taste, dann steht im Display, wo ich denn hin muss. Ja, weil gerade in einem großen Gebäude ist die erste Barriere ja die Haustüre. Das ist schön, wenn ich in dem Gebäude bin, aber bei 100, 150 Wohneinheiten dann zu wissen, wo ich überhaupt hin muss, das ist natürlich die Herausforderung. Und das sind im Prinzip so, wir nennen das Eingangsbereichsgestaltung, nicht nur die funktionelle, sondern auch die optische Sache der Sprechanlage. Das sind so Funktionen, die dann weit über die bisher klassische Sprechanlage hinausgehen. Herr Latzke, das war ja schon mal eine sehr schöne Einführung. Was mich jetzt nochmal interessiert, wo kommt das Unternehmen Comilet Group eigentlich her? Wie lange gibt es die? Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen Informationen mit auf den Weg geben. Also die Firma Comilet Group ist ein italienischer Hersteller. Wir sitzen in Norditalien, in der Bergamo-Region. Gegründet wurde das Unternehmen 1956 und wir sind komplett Inhaber geführt. Das heißt, wir sind keine Aktiengesellschaft oder irgendwas, auch wenn dieser Bericht Comilet Group, einer Gruppe sich so riesig anhört. Wir sind ein größtes Unternehmen, wir gehören zu den Global Playern. Das heißt, wir sind drittgrößter Hersteller in Europa, haben 18 Niederlassungen weltweit. Das heißt, wir spielen da schon eine große und großartige Rolle. Die deutsche Niederlassung als Comilet Group SPA Deutschland ist gegründet worden im Jahr 2008. Wir sind mittlerweile mit 48 Mitarbeitern hier in Deutschland am Standort in Grevenbroich und dabei das stetig auszubauen. Sagen Sie, wie kompliziert ist denn die Installation und die Verkabelung in der Anlage, im Neubau oder auch zum Nachrüsten? Ja, im Neubau hat man alle Freiheiten der Flexibilität. Das heißt, ich ziehe ja erst neue Kabel, ich mache nichts kaputt, ich beschädige nichts. Da ist es relativ einfach. Im Bestand, das heißt, ein Gebäude zu renovieren oder sanieren, da wird es dann schon etwas anders. Und da ist unsere Technologie, wir haben einen reinen Zweitradbus. Das heißt, wir können, wenn bis dato eine reine Klingelanlage ohne Gegensprechen installiert war, können wir mit der bestehenden Verkabelung eine Videosprechanlage bauen. Und das ist natürlich ein Riesenmehrwert für den Eigentümer. Er hat halt nicht die Folgekosten, Mauern schlitzen, danach auch wieder das Ganze zumachen, die Malerarbeiten. Das sind ja Folgekosten, die letztendlich anstehen. Die erspart man sich komplett mit unserer Technologie. Das heißt, ich kann Bestandsgebäude, egal welchen Baujahres, kann ich von einer alten Klingel- oder Gegensprechanlage in eine Videosprechanlage umrüsten. Das heißt, wir reden da wirklich nicht über Komplikationen, sondern, ich sage mal, das ist ein Effekt für den Eigentümer und für den Installateur. Ich spare Zeit, indem ich keine neuen Leitungen ziehen muss und habe halt von der Qualität der Anlage natürlich was ganz anderes. Ich sehe, wer vor der Türe steht. Ja, also wenn jemand bei mir klingelt und der sagt Post, dann mache ich erst mal guten Gewissens auf. Aber weiß ich, ist es der Briefträger, ist es der Postbote, der Paketdienst? Ja, und so kann ich halt bei einer Videosprechanlage sehen, wer vor der Türe steht und dann entscheiden, lasse ich die Person rein oder ich gehe vielleicht runter, bevor ich dann einfach die Haustüre öffne. Ja, also da im Installationsbereich haben wir absolut alle Freiheiten. Und Sie vertreiben ja auch sogenannte IP-Anlagen. Zum einen, was verstehe ich darunter ganz genau? Und zum anderen, in welchen Fällen empfehlen Sie denn diese Anlagen? Also eine IP-Anlage, IP-Sprechanlage, bei uns heißt das System VIP Video Internet Protokoll. Und da kommt schon das IP, es ist ein Internet Protokoll. Das heißt, wir reden da über eine netzwerkbasierte Installation. Das würde jetzt bei der Renovierung wieder schwieriger werden. Das fällt eher im Neubau an. Und der Unterschied zu der Zwei-Draht-Bus- und der IP-Anlage liegt unter anderem in der Leistungsperformance. Aber eine Empfehlung ist immer schwierig. Am Ende, wir empfehlen weniger, sondern wir befragen den Kunden, was erwartet er von der Sprechanlage? Im gewerblichen Bereich macht es oft Sinn, eine IP-Anlage zu nehmen, weil ich einfach bei der Veränderung des Gebäudes viel, viel flexibler bin als bei einer Zwei-Draht-Bus-Anlage. Was umprogrammierend ist, werden Räume zusammengelegt. Wenn ich vorher für drei Räume drei verschiedene Klingeltasten hatte, wird es dann heute ein großer Raum und das kann ich ganz einfach verändern. Und vor allen Dingen, wenn ich viele Türeingänge habe. Das heißt, wenn ich ein Gebäude habe mit einer hohen Besucheranzahl, dann kann ich bei einer Bus-Anlage irgendwann eine sogenannte Besetzt-Situation haben. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie stehen an einer Türe und ich. Jetzt haben Sie geklingelt. Dann könnte mein Kommunikationsweg nicht mehr durchgegeben werden bei einer Zwei-Draht-Anlage. Bei einer IP-Anlage kann kreuz und quer geklingelt, intern kommuniziert werden. Aber das liegt halt wirklich am Bedarf des Gebäudes und des Betreibers bzw. des Eigentümers. Was für Anforderungen hat er? Einen großen Punkt gibt es noch hinzu. Da gehen wir in das Thema Integrationen. Das heißt, um Dritthersteller mit in das System zu integrieren. Sei es ein Aufzugsruf zum Beispiel, sei es eine Gebäudemanagement-Software. Der Verwalter, der ja seine ganzen Mieter etc. verwaltet, der muss nicht über verschiedene Software das Ganze nachher machen, sondern er hat seine Verwaltungssoftware. Wir haben eine Schnittstelle zu dieser Software und Sie müssen sich vorstellen, ich ziehe aus einem Gebäude aus oder ziehe ein, wie auch immer. Der Betreiber, der Verwalter, der hat seine Management-Software, tippt Daniel Latzke ein, geht auf Senden und nicht nur in seiner Software ist der Name aktualisiert, sondern automatisch in der digitalen Türstation vorne, wo wir eben drüber gesprochen haben. Das heißt, mein Name steht unten im Klingeltableau, ohne dass er eine zweite, dritte Software öffnen muss. Das heißt, auch wenn so ein Gebäude lebt, ist es dann für die Verwaltung sehr, sehr einfach, da Veränderungen vorzunehmen. Das klingt wirklich extrem innovativ, wenn ich das mal so sagen darf. Und Sie haben ja auch schon mehrfach Designpreise gewonnen für die Alarmanlagen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Warum ist es Ihnen denn so wichtig, dass die Anlagen nicht nur funktional, sondern auch optisch sehr ansprechend sind? Am Ende ist es nicht nur uns wichtig, uns natürlich als Hersteller auch, aber unseren Kunden ist es extrem wichtig. Man geht heute immer mehr in den Bereich Lifestyle. Das heißt, wir alle als Verbraucher wählen genau aus, was möchte ich haben. Früher hatten Sie riesen Lautsprecher, weil die richtig viel Krach gemacht haben. Heute geht es dann in den Satellitenbereich, das heißt kleine Komponenten. Und so ist es auch bei der technischen Komponente. Am Ende ist eine Videotürsprechanlage, eine Alarmanlage, ist immer eine technische Komponente. Und früher war die auch genau als diese erkennbar. Heute soll die sich in den Lebensraum einschmiegen. Das heißt, die soll optisch gut gestaltet sein. Das fängt bei der Zentrale oder bei dem Videomonitor in der Wohnung an, geht aber auch über Türkontakte, über Außeneinheiten über. Das heißt, da spielen Design-Elemente mittlerweile eine große Rolle. Der Kunde entscheidet sich nicht nur rein noch über Funktionalität, sondern auch passt es in die Optik meiner Wohnlandschaft rein. Und das haben wir erkannt. Und da sind wir natürlich als italienischer Hersteller sehr designgetrieben und sind da letztendlich auch stolz darauf, einige auch deutsche Preise gewonnen zu haben. Und das ist die Sache, die uns da weiterhin antreibt, dies zu verfolgen. Und wenn ich das so richtig sehe, viele Unternehmen haben ja inzwischen andere oder höhere Anforderungen an oder weit hinaus über Sprach- und Videoübertragung. Was ist denn da alles möglich, gerade in den sicherheitsrelevanten Bereichen? Ja, gerade das Thema Sicherheit ist immer höher aufgehangen. Wie ich eben erwähnt habe, wenn ich eine reine Audiosprechanlage habe, mich darauf zu verlassen, dass die Person sich als die outet, die sie ist, das ist den Leuten heute nicht mehr genug. Man möchte wirklich sehen, wer vor der Türe steht. Deswegen heute bei der reinen Videotürsprechanlage die Möglichkeit der Smartphone- oder Tablet-Anbindung. Aber darüber hinaus sind wir sehr getrieben, die Produktsortimente, Einbruchmeldeanlage, Videoüberwachung dem Kunden zur Verfügung zu stellen und das Ganze über eine App zu realisieren. Das heißt, wenn bei mir zu Hause jemand klingelt, dann egal, ob ich im eigenen WLAN zu Hause bin, ich sehe, wer vor der Türe steht, kann mit dem Besucher sprechen. Und bei Bedarf aus der Ferne auch die Türe öffnen. Aber auch beim Versuch eines Einbruchs bekomme ich über dieselbe App eine Meldung, kann auch beim Verlassen des Gebäudes oder wenn ich nach Hause komme, die Alarmanlage scharf oder unscharf stellen über dieselbe App. Und wenn ich noch Außenhautkameras habe, das heißt, ich habe den Garten, die Garageneinfahrt noch mit Kameras überwacht, auch das in derselben App zu nutzen. Das ist einfach, der Endkunde möchte nicht 50 Apps haben, um sein Gebäude zu steuern. Das Ganze soll smart sein. Und da sind wir halt getrieben zu sagen, dem Kunden eine App zur Verfügung zu stellen, worüber er sein quasi ganzes Eigenheim managt. Ob es das ein Familienhaus ist, aber auch ein Mehrfamilienhaus. Man kann eine Einbruchmeldeanlage auch für eine Wohnung einrichten. Das heißt, der Vermieter beispielsweise hat mir die Möglichkeit gegeben, über die Comelit-Sprechanlage den Ruf aufs Smartphone zu bekommen. Dann kann ich auch die Einbruchmeldeanlage von Comelit nehmen, um dann über dieselbe App auch meine Alarmanlage scharf oder unscharf zu stellen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn das von einem Anbieter alles sozusagen gemanagt wird, ist, wenn mal etwas nicht funktioniert, sind Sie eben auch in der Nachberatung garantiert sehr hilfreich. Genau. Wir haben also ein bundesweit großes Netzwerk an Außendienstmitarbeitern. Wir haben ein Riesennetzwerk an Elektroinstallateuren. Das heißt, egal wo bundesweit eine Videosprechanlage, eine Einbruchmeldeanlage oder eine Videoüberwachung gebaut wird, wir haben überall Ansprechpartner. Das heißt, wenn das Interesse besteht, sei es die Beratung von unserem eigenen Außendienst oder auch vom Errichter, vom Elektroinstallateur, da sind wir sehr, sehr gut vernetzt und sehr, sehr gut in Deutschland aufgestellt, um da jedem letztendlich das richtige Produkt zu empfehlen. Sagen Sie, wie groß ist denn momentan und aktuell die Nachfrage nach moderner Türkommunikation? Ebt es ab oder steigt es eher? Ich kann jetzt natürlich nur von uns sprechen. Der gesamte Markt, es ist ein 150-Millionen-Euro-Markt rein für Videosprechanlagen. Jetzt muss man da berücksichtigen, 80 Prozent des Marktes sind reine Audiosprechanlagen. Das heißt eigentlich eher nicht sicherheitsrelevante Anlagen. Und wir sind halt durch die Technologie, die wir einsetzen und die Möglichkeit, in einem Bestandsgebäude ohne eine neue Leitungsverlegung aus der Altanlage eine Videosprechanlage zu machen, sind wir in einer sehr, sehr guten Position, unsere Marktanteile im Bereich der sicherheitsrelevanten Videosprechanlagen auszubauen. Für uns auch auf, ich sag mal, unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation stagniert es glücklicherweise derzeit nicht. Wir sind da in einer guten Position, uns da im Markt zu festigen, was diese Systeme angeht. Herr Latzke, wir sind schon am Ende, obwohl es so spannend war. Deswegen würde ich sagen, kommen Sie wieder. Gerne. Alles, alles Liebe. Danke, dass Sie da waren. Danke auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017